Was geht ab? YouTube und einen wunderschönen guten Tag an alle Zuschauer und Abonnenten. Wir spielen heute Goldfragten Wildlands zusammen mit dem McManus, den Hitcher, von BCR und den Chips. Moin Moin. Hallo. Hi Leute. Was ist B, wer hat B markiert, was ist das? Was hast du markiert? B ist nix. Hier ist übrigens auf dem Weg, ist noch ein Skillpunkt. Ah, den nehmen wir direkt mit, oder? Da oben sind Gegners. Tangos. Bitsche, hier sind Tangas. Was für dich. Skillpunkt. Skillpunkt, Brüder. Einer nur, na gut. Warte, hier unten stehen Autos. Ja, hier hat einer Meter auf. Da kann man auch gerade hochlaufen. Guck mal was für unsere Fitness. Genau, tut ihr mal was für eure Fitness. Taktikrolle. Oh, wer redet er denn da oben? Oh, wer redet er denn da oben? Da war ich ein Stolpermann. Ein Eidlermann. Ein Eidlermann. Ja, du hast ja da labert. Ihr wusstet gut und so. Vermutlich führt der Mann die Geschäfte für das Kartell. Ist das, was er sagt? Oh, hier wird mein Drohne gestört. Und warum? Halleluja. Okay, haben wir alle. Alle? Ja, hier haben wir alle aufgedeckt. Gut. Ganz links stehen zwei. Kann hier einen holen. Doch der fällt nicht auf. Der Tango ist hin. Ab einen. Holen. Du mir die zwei in hinten. Dann nehme ich den anderen. Hier. Go. Oh, Heli. Treff den nicht. Hast du ihn gut? Hab ihn, hab ihn, hab ihn. Fuck, irgendjemand hat nicht gesehen. Der Heli hat gespottet. Bin mir nicht sicher. Ja, er hat gespottet. Hawaii. Oh, fuck, alter. Was ist mit dem Heli nicht richtig? Wir haben ein Problem. Da ist er. Oh, Gott. Ich hab Bescheid gegeben. Ist ja schön zu Chaubern. Oh, 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 oh. Toll. Hey, tschau, oder? Nee. Nee, das ist weg für mich. So, warte, ich versuch mal die andere Seite an, dann darf er reinzukommen. Unidirt kommt. Vorsicht. Ich hab auch einen. Was ist denn das für ein kranger Scheiß? Das ist ja noch nie, Alter. Easy. Da kommt noch ein Udi, das Auto. Hey, ich hör mal hier die Infos. Ja. Hab die Infos. Was? Noch Dokumente? Ich höre ständig die Versorgungshelis. Mit dieser Info können wir uns einen für die Hebräne schnappen. Oh. Was ist denn da? Was ist denn da? Da halten wir zurück. Was ist denn kaputt hier? Achso, Entschuldigung. Manchmal ein kleiner Tollwatsch. Wartet mal. Hier ist keine Munitionskiste. Wir müssen mal weg. Warte mal. Hier sind noch Kingslayer Datei. Wo ist die Kingslayer Datei? Da kommen noch mehr Unidat, ne? Da. Ja. I'm down. Okay. Ähm, Unidat von am Eingang. Habt ihr? Habt ihr? Ja. So, wir haben hier keine Munitionskiste. Das ist ein bisschen blöd. Aber wir haben den ersten Einsatz erfüllt. Was war der Einsatz jetzt grad? Den Typen zu töten. Ich hab einen eliminiert. Den Sprecher. Achso. Okay. Okay. An die Arbeit. Ähm, ja. Was ist der Sprecher? Äh, Unidat kommt. Naja. Unidat kam. Habt ihr draufgehauen? Ähm, Granatläuter. Granatläuter. Mit dem Rohrabwehr. Du gehst ja nicht bei dem Sturmgewehr. Ähm, musst ja ausrüsten, ne? Achso. Als, äh, unterlaufen ist was. Achso. Achso. Okay. Dann schauen wir doch mal an. Ähm. Wer fährt? Ich ist Tom. Mach Radio raus. Meile, Unterlauf, Granatwärm. Sehr gut. Warte, halt mal ein, halt mal ein, halt mal ein. Die kommen. Okay, fahr weiter. Ich liege. Ich liege. Ich liege. Stop, stop, stop. Wir müssen ausstecken, Leute. Ja, der Wagen macht auch nicht mehr lang hier. Da kommt nochmal Unidat. Was? Hab ihn. So. Wow. Ja, sorry. Aus Versehen. Ähm. Wir brauchen, echt. Ich brauch nichts. Und jetzt punktiert. Radalala. Ähm. Unidat kommt. Ja. Lass einfach und jetzt. Oder lass den einen noch holen. Und dann war die Schuld. Den kriegst du mit dem Granatwerfer und dann. Dann müssen wir los. Das Auto ist halt auch nicht mehr das geilste, ne? Ja. 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 Dann fahren wir direkt dran vorbei. Aber jetzt sind wir am Schrein der Wahrheit. Da haben wir doch schon noch eins. Da waren wir schon, oder? Aber wir brauchen echt Munition. Das gibt's ja gar nicht. Irgendwo was rumliegen. Ich glaube, wenn du geradeaus gefahren wärst in die Stadt, ich glaube, da wär Munition gewesen. Ja. Brauchst du Munition oder was? Ich bin leer. Oh. Ja, ja. 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 Ich fahr der mal geradeaus. Geradeaus. Immer geradeaus. Da. Ja. Ich glaube, hier war Munition, bin mir aber nicht sicher. Ja. Ja, da ist er. Ja. Ja. Ja, bleib stehen. Bleib stehen. Ich hab da noch Informationszeichen da hinten links. Ich nicht. Hat mir doch aber World Checks. Muss ich noch mal gucken. Vielleicht kann man das jetzt noch mal holen. Zumindest die, die das... Wo ist denn die Munitionskiste? Ja, bei mir auch gerade. Ach, ganz oben in dem mindesten Raum. Ach, hier sind aber noch Dokumente. Takte, Krolle. So. Stimmt, Dokumente sind da oben noch. Kommen wir den da hoch? Also, ich hab da auch Radfahrten angekommen gezeigt. Ich guck mal, ob ich da noch Informationen wegholen kann. Guck mal. Ich hab irgendwie ein Schnistern im Ober. Um? Keine Ahnung. Puh! Nächsten Minuten haben es gesagt. So! Können wir weiter? Könnten wir noch eine Story-Mission machen? Ja komm! Auf Ort! Bringen wir das Ding wieder zum Laufen? So, auf geht's. Wie ist unser nächster an? Tünzi, Lassane, Teros, wie wir dafür kommen, okay? Ja. Wollen wir erstmal ganz normal wieder spotten vorher? Ja klar. Gut, gut. Oh! So! 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 Jetzt! Halt nicht die Kackkisten hier! Was ist denn da drin? Oh! Oh! Jetzt zieh mich aufs Motorrad, ihr! Ja, jetzt lass ja diese Kackkisten da! Wenn wir was brauchen, machen wir die großen Dinge! Ups! Ups! Mensch! Lass die Tür weg! Wollte ich grad sagen, jetzt muss die Tür! Es ist so windig! Heute ist ein bisschen nicht so der schöne Tag, oder? Hier im Wildland! Oh no! Oh! Hier müssen wir aber... ...nigibigi, glaub ich! Ja! Taktikrolle! So! Ähm! Aber wir haben alle schon markiert, fast, ne? Wir dürfen mal eine runterkommen lassen! Ja, aber wir haben eine runterkommen lassen! Passt auf! Wir haben Faltaktivität! Ihr drüben müsst ihr in der Drohne noch mal drüber fliegen! Ihr drüben müsst ihr in der Drohne noch mal drüber fliegen! Ihr drüben müsst ihr in der Drohne ein! Setze Drohne ein! Oh! Gestört! Ich glaube das sind nur die Typen hier! Ja! Dann sollten wir vorne anfangen! Nimm zwei! Nimm eins! Dann drei, zwei, eins! Wo? Achso, da kommt ein Auto! Schert nur weiter! Ich gehe jetzt mal außen rum! Läuft denn da? Achso, das ist ein Konvoi! Ich könnte den holen! Aber da bräuchte ich hier noch jemanden! Das sind zwei! Komme! Zwei! Nehm ich! Zwei! 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 Was? Sehr gut! Ich will sie ja liegen! Erster Schuss in der drüben! Da! Awei! Links kommt ein! Vorsicht! Da ist noch einer! Ja! Krieg ich! Awei! Awei! Den kann ich holen! Barad weg jetzt! Wir müssen wegballern! Da kommt einer gleich raus! Ne! Was macht der? Den hol ich dir! Einer ist noch irgendwo im Haus! Da! Läuft er! Der im Haus? Der ist nicht im Haus! Der ist hin im Haus! Der ist hier! Der ist hier! Sehr gut! Wartet ganz kurz! Stecken sie ihre Waffen noch nicht weg! Ich lade ihnen die Koordinaten für ein anderes Kartelllager hoch! Oh da sind noch Dokumente! Waffenkiste! Waffenkiste! Falls noch jemand Munition braucht! Jo! Ich fäll auf jeden Fall nochmal auf! Hast du die Dokumente? Ne! Ich hab sie! Ok! Sehr gut! Sehr gut! Sehr gut! Sehr gut! Das war easy oder? Die Waffenkiste ist schon wieder! War echt easy! Die ist immer oben versteckt! Die ist wie immer oben! Alter! Wieso ist denn das nur so dunkel? Das ist ja nicht dumm! So! Super! Super! So! Haben wir hier Autos? Und? Wird denn da hinten markiert? Nix! Achso! Das ist doch der nächste Story-Einsatz! Ja! Ne! Das ist nicht der nächste! Das ist immer noch der! Wir haben den noch nicht zu Ende! Wir haben das zweite Lager! Ja! Richtig! Warte ich komm! Oh! Auf dem Weg ist noch so ein Konvoi! Oh! Da gibt es auch 5000 für Funkausrüstung! Hä? Hier kein Konvoi! Hier! Ich mach hier mal! Wo den machen wir was? Was denn jetzt? Der ist direkt vor uns! Der ist genau auf der Strecke! Der ist direkt vor uns! So! Also machen! Pass auf! Ich fahr direkt ran! Dann ruht hier den Fahrer aus! Direkt hier vom Konvoi! Was der fuck! Das ist ein zweit! Einer ist weg! Ich bin tot, ich bin unten. Ich habe ein Problem, ich bin da unten. Ja, Moment, oh shit, wo sind die alle? Einer nur, einer. Im Auto ist doch einer da. Ne, da müssen noch mehr... Fuck, da sind ganz viele Wander. Fuck. Da kam gerade die Mucke her. So hart. Mist. Waren das jetzt zwei Konvois? Ja. Oder nur zwei Fahrzeuge? Ne, das waren zwei, das war... Zwei dicke und vier kleine. Aber, ähm, wer hat denn noch alles Granatwerfer ausgerüstet an dem Unterlauf? Ich nicht. Ich hab das auch ausgerüstet. Ich hab das ausgerüstet, ja. Ja, dann ist doch easy eigentlich von und hin das Fahrzeug mit dem Granatwerfer zuerst wegzuhauen. Ja, das Problem ist, wenn das genau vor dir ist, das hatte ich nämlich eben auch, dann springt das unser Auto mit weg, gegebenfalls. Ja, du darfst halt nicht so nah ran fahren. So. Ja. Das ist halt das. Ja. Dann machen wir jetzt einen Story-Einsatz, oder? Ja. Geht einmal aus der Scheiß Drohne raus, Mann. Da. Da. Habt ihr ein Auto? Ja. Ah, hier unten ist ein Auto. Achso. Achso. Ja, mal los. Ähm. Oh noll. Hoho. Komm wieder, ey. Naja, die müssen wir alle noch weghauen. Ich bin links rum. Na, ich glaub die sind... Ah ne, da vorne steht einer direkt. Oben ist auch einer. Und da ist Ziel Nummer 3. Und da ist Ziel Nummer 3. Na, Moment. Hier ist dein Sicario. Wo hast du sie? Neben der Kippe. Na gut, wollen wir... Ähm. Von... Den kann ich wegholen hier. Dann bereit, Jacks. Jo. Drei, zwei, eins. Steht. Verfehlt. Du, du. Aber beide, oder? Ja. Pass auf, der Unidat. Den vorne hab ich. Boah. Unidat auch schön, ja. Der ist down. Der auf dem... Unidat ist down. Okay, der fährt... Einer will abhauen. Einer haut ab. Leute. Der haut ab. Ihr dürft ihn nicht durchlassen. Hol ich mir, hol ich mir. Ich bin da her. Noch einer haut ab. Kümmert euch um die anderen. Hab den. Der abhauen wollte. Den hab ich. Ist er ausgestiegen? Nein. Der eine ist rein. Ich hol dich jetzt mal wieder hoch. Mal los. Jacks. Was denn? Einer ist abgehauen, oder? Nee. Den hab ich erwischt. Der ist tot. Der ist weg. Oh lol. Dann heb mich mal auf hier. Bin dabei. Musst du nur eben einen weg machen, weil... Auf dich... Moff ich geschossen bin. Einer da. Genau. Ja. Wow. Das war ein bisschen... Hab ihn. Gegner getroffen. Okay. Cute. Nice. Das war's. Der Darten von Santa Muerta. Sehr gut. Den Auftrag haben wir jetzt abgeschlossen. Das heißt, wir haben zwei von sechs Aufträgen auch in der Region schon. Von der... The Crank'n All'n. Sehr gut. Sehr gut. Sehr gut. Dann fühlst du dir jetzt anmoderiert, ne? Achso. Ja, gut meine lieben Freunde. Wenn's euch gefallen hat, das Liken und vergesst mal den anderen vorbeischauen. Also in der Videobeschreibung. Wir sagen tschüss und bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao. Ciao. Ciao.